Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Assassin's Creed 4. Ich habe hier ein bisschen Stress gemacht, weil ich ein paar Sachen schon einsammeln wollte. Und diese Piratenjäger sind diese schönen Jägerschiffe. Also hatte ich einen schon mal kaputt gemacht und dann habe ich es erst so realisiert. Mehr oder weniger. Was sollt ihr denn? So, die können eigentlich auch direkt runter. Jawohl, Mission beendet. Ich wollte halt schnell einschalten, damit ihr das nicht verpasst dann wenigstens. Oh, ne, die können es auch nicht runter. Jetzt habe ich natürlich das Problem, dass hier ganz viele wahrscheinlich nach mir hinter mir her sind. Aber das ist egal. Wer feuert? Wer denn? Wo denn? Was denn? Was denn? Die hier oder was? Ja, hier. Fresse. Schön auf der Fresse und dann läuft das. Wenn die Stress wollen, ja, dann können sie es durchaus haben. Zack. Machen wir noch ein bisschen was offen, meine Freunde. Ein paar Schuss haben wir noch. Äh, ich sehe sie gar nicht. Oh, oh. Oh, ich muss... Waren die jetzt auch stressig? Ich hoffe nicht. Ein paar Treffer hier und sie bricht. Oh, fuck. Scheiße, jetzt habe ich schon wieder die Nächsten am Arsch. Ich würde eigentlich abbauen. Nein, das wird jetzt nicht funktionieren. Scheiße. Ich würde... Darf ich nicht, okay. Das hat Schaden. Feuer! Das geht mir auf den Sack. Darf ich jetzt? Nein, ich darf irgendwie nicht. Schade. Jetzt kommt Piraten, Digga. Jetzt wird es lustig. Jetzt wird es richtig lustig. Das Problem ist, ich habe nämlich selber keinen Mörser mehr. Ja, doch sehr nützlich. Oh, scheiße. Na, super. Ich hole einfach mal mehr Schiffe hier in den Kampf rein. Warum nicht? Macht euch Spaß. Genau, rammt euch mal gegenseitig. Das finde ich eigentlich eine coole Idee. Da sind sie am empfindlichsten. Ja, gut. Ich bin jetzt wieder staunt. Also, das sind zu viele Schiffe. Das muss man einfach so sagen. Feuer! Da kann ich auch, glaube ich, nicht mehr wirklich abhauen, oder? Ich kann es versuchen. Aber ich glaube, das wird nichts. Ach, scheiße. Ich bin jetzt eh gleich direkt im Mörserbeschuss drin. Aber es ist noch nicht desynchronisiert. Also, ich könnte noch abhauen. Ich kann hier mal ein bisschen hier was in den Weg schmeißen. Fuck. Bist du? Oh, oh. Boah, Alter. Problem ist natürlich, dass die Piratenjäger eh hinter mir her sind. Ganz ehrlich. Ich scheiß drauf, dass ich da noch Sachen habe, die ich jetzt einsammeln könnte. Hauptsache, ich komme mit dem Leben davon. Das ist auch nicht unwichtig. Aber das war ja mal ein Schniekerkampf, ey. Das muss ich ja mal so sagen. Ich wollte nämlich eigentlich hier schon ein bisschen was einsammeln. Auch das Wrack schon machen. Und dann, naja, habe ich mich dann in eine etwas blöde Lage manövriert und dachte, Mensch, komm, hauen wir doch mal auf die Taste. Und nehm' das doch mit. Dann fahren wir nämlich jetzt Richtung Wrack. Und holen uns, was dort noch zu holen ist. Wir sind natürlich immer noch hinter mir her, die Spatten. Können wir mal ab und zu hier, ne? Ne, Wahl. So, wenn wir das gemacht haben, dann bin ich ja schon mal glücklich. Dann muss ich mich zurück. Aber da werde ich mich dann hier natürlich porten. Und dann kann man hier ein bisschen, ne? Dann werde ich wahrscheinlich hier das noch schnell holen. Dann hier hin. Hier hin. Wobei ich dann natürlich auch direkt das hier machen kann, was hier. Aha. Mysteriosa. Interessant. Oder nö. Ich mach jetzt nur das Wrack. Und dann geht's erst mal zurück. Treffen wir uns mit Blackbeard. Und dann machen wir mal den Rest. So weit. So gut. Muss ja auch mal sein. Ich will das halt alles gerne machen. Und dann im Let's Play natürlich. War da grad nicht... Da ist er. Ist grad auf Tauchstation gegangen. Da kommen, dass die immer noch hinter uns her sind. Wir sind ein Kilometer weit weg, ey. Wir haben immer noch so viel vor uns. Ich sollte auch versuchen, schnellstmöglich irgendwie unsere Bekanntheit runterzuziehen. Ach guck mal, das ist ein Piratenschiff. Das heißt, ein Verbündeter. Ah, die sollen sich mal um die kümmern. Ich könnte natürlich jetzt auch mal einen Schuss rausjagen, rauslassen, aber... Warum sollten wir das tun? Haben wir ja nichts von. Pech. Da kann ich mich jetzt nicht um kümmern, meine Freunde. Wir sind auf dem Weg hier zu dem Teil. Ja, das eine Metall nehme ich noch gerne mit. Voller Aufwand, da für eine ganze Kiste war, zu animieren. Da haben wir nicht grad drei Schiffe. Ein Schiff ist weg. Spurlos verschwunden. Das ist, glaub ich, auch das letzte Wrack, oder? Ne, eins gibt's noch. Zwei gibt's noch, okay. Haben wir schon einige Wracks auf jeden Fall geborgen. Beziehungsweise die Sachen daraus geborgen. Das Wrack ist ja immer noch unter Wasser. Das wird's da auch für immer bleiben. Aber da müssen wir schon ein ganz schönes Stückchen weiter sein, was den Fortschritt des Spiels angeht. Achtruhen, da sind immer auch viele Sachen. Achtruhen, Animus-Fragmente und so weiter und so fort. Auch immer relativ scheiße verteilt, wenn man so möchte, ne? Ja, toll. Na, super. So, ein Ding ist hier direkt. Und da drunter. Alter! Mann, ich hab da Chomina nicht gesehen. Diese dreckigen Kackviecher, ey. Wo bin ich denn jetzt? Moment, jetzt bin ich verwirrt. Da muss ich lang. Wir sind jetzt zur nächsten Truhe. Wir sind hier. Hör mal schön, zack, zack. Und dann fahren wir nämlich hier rein und machen das so. Hoffen natürlich, dass ich nicht dabei sterbe. Das wäre sonst blöd. Alter, ist der rochengroß. Alter, ist der groß. Der hat so groß wie der Hai. Leck mich am Oasch. Nein! Der Hai kommt. Der Hai kommt. Der Hai hat mich gebissen, obwohl ich schon fast hier drin war. Stinkebratze, ey. Richtige kleine Stinkebratze bist du. Ah, da ist das Fass. Und das nächste Ding markieren. Das ist hier. Okay. Das ist echt. Erinnert mal schon echt geil aus. Also das muss man schon sagen. Haben die sich echt was mal gegönnt. Haben die echt mal was geiles rausgehauen, die Mädels vom Ubisoft. Schon schön. Dann freut man sich natürlich direkt nochmal. Oh, scheiße. Nein! Ich hab dich im Blick, du Hai. Du hast in Ruhe. Soll das hier Anemonen sein oder so ein Scheiß? Ist ja alles, weißt du. So ein Kack. Morin, alles drin. Alle wollen sie mich beißen, ey. Alle scheiß Kackviecher. Schlimm, schlimm, schlimm. Warte. Einfach genau so raus. Wenn ich reinkomme, dann passiert mir auch nichts. Ich brauche Luft. Verstecken wir uns mal ganz kurz. So, wie kriege ich das? Ich stehe wahrscheinlich rein, aber wo? Von hier? Ja. Nee, doch nicht. Scheiße. Ähm. Von. Aua, Mann. Du bekackter Hai. Oh, ey. Immer diese Hai. Immer müssen die nerven. Ja gut, wenn ich hier bin, dann kann ich mir auch direkt mal Luft gönnen. Warum denn nicht? Oder ist die nächste Truhe? Die nächste Truhe, bitte. Danke schön. So, den lassen wir mal eben passieren. Alter, jetzt muss ich aber eine ganze Weile schwimmen, ey. Jetzt muss ich ein ganzes Eckchen schwimmen. Und dann nehmen wir doch einfach mal die Luftreserven mit, die wir hier kriegen können. Ah. Im Tempel drin, alles klar. Wehe, du Kackei. Wehe, du behinderter Scheiß. Kacka, du Arschkriecher. Mann, jetzt. Stimm da rein. Haste Auge aus. Bist verrückt? Dann sehe ich doch nichts mehr. Oh, die Viecher auch schon. Ja, ich flipp aus hier. Alle wollen sie mir speisen. Wo wollen alle ein Stück von mir? Und wieder zurück. Ich hoffe, die Rochen sind keine Feinde. Wir schwimmen jetzt schnell. 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 Hier rein. Dann gönnen wir uns dann nochmal Luft. Ach, guck mal, da ist die Truhe schon. Dann schwimmen wir auch in die Höhle rein, wo wir rein müssen, ne? Die anderen beiden. Ich glaube schon, ja. Aber wir schwimmen jetzt einmal rein, dann schwimmen wir wieder raus, holen uns die beiden und dann war es das schon wieder. Ging doch dann rucki, zucki. Würde ich mal fast behaupten, wollen. Achso. Da binden ich ja schon. Dann können wir uns einmal nochmal hier in Luft. Ich glaube direkt wieder runter. da. Ist die mal mit hier? Hui. Die Truhe. Kabar. Kabar-Ruina. Ah, nein. Nein, 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 nein. Oh, das ist aber gemein, ey. Schweine. Los. Hui. Schnell hier rein. So. Dann holt sie mich das Ding. Und holen sie mal ein bisschen in Luft und dann geht sie mich zurück. Gut, die Höhlen sind jetzt nicht so spektakulär, aber so unter Wasser ist schon... Gut, das ist jetzt auch nicht so spektakulär. Aber draußen mit den ganzen Tierchen, mit den Haien und den Rochen und den Moreen und den Quallen und den Schiffen... Das ist ziemlich cool gemacht, muss ich sagen. Und das gefällt mir. Jetzt können so ein Luftstoß mal kommen und uns... Jawohl. Oh, 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 oh. Was hier dann? Das hätte aber böse ausgehen können. Und mal Luft holen. Weil hier kommen wir, glaube ich, nicht mehr unbedingt dazu, welche zu holen. Deswegen machen wir das mal eben da. Wobei, wir brauchen nur noch eine Kiste und ein Fragment und dann war es das schon wieder. Also viel ist nicht mehr zu holen. Mal gucken, wo ist das? Und da. Wahrscheinlich eher hier. So. Truhe finden wir... Da ist eine Morene, die habe ich genau gesehen. Ach, du Stinkevieh. Ich bin da extra... Wollte ich. Irgendwie durfte ich nicht. Mann. Mann, oh. Gut. Ich glaube, für das Fragment muss ich weiter nach oben. Jetzt muss ich erst mal gucken. Elite-Rundkugeln. Ich habe noch irgendwas anderes für das Schiff gesammelt, als ich das andere geholt habe. Guck mal, auch schon wieder was Neues. Oh, da ist es. Schneller rein, schneller rein, schneller rein, bevor der Hai kommt. So, jetzt nur schnell zurück, ne? Zur Taucherglocke. Die... Ach, genau da ist. Schnell zurück. Wir schaffen es. Hoffe ich. Ja, easy. NP würde ich mal behaupten. NP. Alles okay. So, damit haben wir auch das geholt. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, ich könnte natürlich jetzt auch hier das holen und das holen und hier die Insel machen. Was ist hier eigentlich auf der Insel drauf? Nichts. Alles kein Problem. Was ich jetzt aber mache, ist mal per Schnellreise hier hin. Ich hole mir noch den einen Auftrag, den es da gibt. Und dann werde ich den aber noch nicht machen, sondern wir werden direkt nach Sword Lagoon. Achso. Ich will mal gucken, darf ich die jetzt auch tatsächlich machen? Oder wird dann wieder gesagt, das geht jetzt nicht. Warum ist die Herstellung zur Zeit nicht verfügbar? Naja. Wenn das so ist. Ach, guck mal. Äh, ja. Vielen Dank. Aber was hast du? Papiere, bitte. Alles grüß, Verbreitet. Die Hermes Courage hat Dokumente an Bord, die irgendwann kommt, haben sie mir gesetzt. Okay. Aha. Gut, ich vermute, ich muss das jetzt machen. Ähm, du hast uns gerade schon geholfen, aber danke. Gut, dann würde ich mal sagen, komm, KMS. Hatten wir den schon mal? Ich habe zumindest ein Schiff mit dem Namen schon mal gesehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Moment, 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 Moment. Ich muss das Schiff angreifen. Ist es das jetzt überhaupt mit dem Hunder? Von Bug Bord, Sir. Ist mir scheißegal. Ich muss das Schiff angreifen. Es hat 150 Metall. Ja, ja, ja. Alle Mann auf Position. Und damit lässt es mir im Grunde keine andere Möglichkeit. Scheiße, ich habe nie. Oh, ich hätte mal Mörser holen sollen. Äh, scheiße. Und ich hätte mein Schiff reparieren sollen. Ha, ha, ha. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Shit. Ja, äh, wir sind gleich tot. Macht nix. Ja, wir kommen eh an der Insel wieder raus, dann werde ich mal alles aufstocken und dann ist das Schiff hier nicht mehr gegangen. Bleib außer Reichweite, Käpt'n. Was soll ich denn machen? Ich muss ja kämpfen. Bleibt da nichts anderes übrig. Ich muss versuchen, die schnellen. Wir machen so schnell Feuer. Ja, wunderbar. Boah, Alter. Wir haben uns denn nochmal getroffen. Das ist doch scheiße. Ach komm, geh doch einfach kaputt, Schiff. Einer fertig, Sir. Was noch dein Zeichen, Käpt'n? Bären und Fahrt aufnehmen. Ist weg? Ist weg. Wunderbar. Ein Mark mehr. Wir holen das jetzt einfach so. Wobei, ich hätte reparieren können. Scheiße. Egal. Ich mach das mal jetzt. Ach so, scheiße. Jetzt bin ich ja eh hier jetzt nur. Ah ne, warte. Ich hab sie noch nicht gefunden. Ich kann nochmal zurück. Ich glaub, ich darf nochmal zurück, solange sie nicht gefunden hab. Alles gut. Ah, ist aber nicht verfügbar. Scheiße. Ich muss aber trotzdem zurück. Ich muss das reparieren, das Schiff. Weil so? Ich weiß auch nicht, was das für ein Kran ist. Was ist das denn? Wo? Wie gesagt, so ein Schiff, 200 Metall oder so, dann bin ich... Oder 200 Holz, dann bin ich aber dabei. Oh, toll. Jetzt wird das vorangegriffen. Das ist ja super, ey. Weil wir werden jetzt erstmal das Schiff reparieren und Munition ein bisschen aufstocken. Davon haben wir auch nicht mehr sehr viel. Ich bräuchte es aber doch schon dringendst. Na dann, mein Freund. Äh, Schiff reparieren? Jawohl. Dankeschön. Sehr nett. Und wir kaufen Munition. Wir kaufen schwere Kugeln. Ja, kaufen wir. Wir kaufen Mördergeschotten. Ja, auch die wollen wir haben. Ich hätte es ja sonst nicht angeklickt. Gut, das, was ich eigentlich am allerwenigsten benutze, aber das kaufen wir jetzt auch einfach. Egal. So, dann geht's weiter. Jetzt geht's los. Jetzt suchen wir die Courage. Courage oder Courage. Wie man das auch immer sehen muss. Jetzt geh doch mal runter. Geh runter. Alter, jetzt geh doch mal von hier runter, du Spasti, ey. Meine Güte. Finden wir die vielleicht da schon. Irgendein Schiff davon ist die Courage. Nein, die Dragon. Und so weiter. Wobei, ich würde sagen, das machen wir mal in der nächsten Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch. Fürs Einschalten. Und hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin. Haut rein, Leute.